Ist Josta heute ein Freigewinn in München-Landbach? Es war nicht so einfach. Ja, es war gar nicht einfach. Es war schwer für das Spiel. Meine Leistung war heute nicht gut für uns. Bei der anderen Seite mit Potsdam läuft es sehr gut. Die einzige Mannschaft nur noch mit 9 Punkten auf 9. Es ist ganz anders als vergangenes Jahr. Dann hatte er einen Sphäre. Ja, da war ich ja nicht dabei. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Ich weiß einfach jetzt, dass eine gute Stimmung ist bei uns. Es war gut, dass wir das Spiel noch drehen konnten, weil wir einzeln hinten lagen. Und sie fand es besser, um es von Woche zu Woche zu steigern. Mit dem Zweifel war es ganz gut. Wieder zwei Spiele gewonnen, 4-0. Ich weiß, dass Martina die Null ganz wichtig findet und auch die Tor. Ja. Wie war die Woche mit Schweiz? Sehr gut. Wir sind auch froh, dass wir jedes Spiel gewonnen haben. Das war eine gute Leistung alles. Und wir sind froh, dass wir jetzt an der EM dabei sind in Holland. Ja. Ihr seid ja auf die EM dabei in Holland. Was ist da die Erwartung? Wenn wir noch mehr haben? Ähm. Ja, sag's anscheinend. Was war jetzt die Erwartung für die EM? Ja, wir hoffen, dass wir zuerst mal einen guten Topf sind, dass wir hier gute Chance haben. Und danach geht's noch, davor geht's noch mit Schweiz nach Amerika für ein Dopperspiel. Ja. Dann wünsche ich dich fehl. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.